Und ein Moinzen zum Review-Podcast zum Wahnsinnsspiel gegen den HSV gestern und auch gleichzeitig Preview-Podcast zum Spiel auswärts bei Dresden am Sonntag, also in zwei Tagen. Wir haben ja gerade Freitag und junger Vater, also erstmal Empfehlung von mir, schaut euch meinen Stream an zum Spiel oder allgemein, da gerne immer reingucken. Das ist ja jetzt aktuell immer so, das ist auch zu Dresden und sowas, immer Livestreams gibt, so in den Spielen, Reaktionsstreams und natürlich bei dem 3-2 ging es gestern ordentlich ab, die Streams bleiben immer alle noch online, also meine Empfehlung, da mal reinzugucken, absolut geil. Ich glaube auch ein Zuschauerrekord gebrochen, ich glaube irgendwie 90 oder kann sogar sein, dass es mehr als 90 waren, an Livezuschauen mal an irgendeiner Stelle rund um das 3-2-2. Junger Vater, also was war das für ein Spiel und vor allem dieser Lucky Punch am Ende, Gonzalo Castro, 3-2, 92. Minute, Gonzales bricht da unten durch, setzt sich durch, der HSV-Verteidigung ist ein bisschen läppisch oder ein bisschen arg zurückhaltend. Gonzalo ist einfach richtig stark, dem Gehirn geführt 80% am Tor, Castro weiß aber auch genau, wo er hinlaufen muss, läuft genau dahin, macht den Laufweg richtig und netzt das Ding ein. Gerade in Castro, wo ich mich eigentlich schon mehr oder weniger drüber aufregue, warum der jetzt den Castro bringt auf einmal für den Mangala, aber der wird noch zum Matchwinner, unfassbar. Also ich sage es euch ganz ehrlich, wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, wüsste ich nicht, was ich mit dem dann eben, wenn wir es nicht gewonnen hätten, mit dem 2-2, was ich damit angefangen hätte. Wüsste ich wirklich nicht, weil diese erste Halbzeit, klar, das überwiegen gerade die positiven Emotionen, das ist 3-2 gedreht, das ist gefühlt genau das gleiche, wie damals dieses Nürnberg-Spiel, wo ich auch auswärts dabei war. Liegst du 2-0 hinten zur Halbzeit, drehst du es relativ schnell auf den 2-2 und am Matchwinner 90. noch quasi gefühlt aus dem Nichts 3-2. Genau so einen Umschwung muss es dann auch geben, wie es nach Nürnberg kam. Ich habe das Gefühl, nach diesem Nürnberg-Spiel war klar, wir kriegen das hin, wir steigen auf. Genau diesen Schwung müssen sie auch mitnehmen jetzt, hundertprozentig, das nicht wieder in Dresden-Verduseln, aber da komme ich ja später noch drauf. Aber diese erste Halbzeit war halt echt nicht gut, ne? Diese erste Halbzeit war komplett Schmutz. Da ist das Gefühl, nichts passiert, viel Abtasten, viel Nervosität, ganz eindeutig. Dann macht er als V nach der ersten Ecke ein Tor, was du ja nicht gut verteidigst, aber halt brauchst du ja nicht nach der ersten Ecke ein Tor zu fangen. Dann kriegt er als V einen Elfmeter, der, ja, 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 so nach dem Motto, regelkonform musst du leider pfeifen nach der Regelauslegung. Regelauslegung, nur ist halt die Regelauslegung an sich selbst ein absolut riesiger Bullshit. Der springt da mit dem Poyanpalo hoch. Wenn er hoch springt, muss er halt mit der Hand hoch. So ist ja normal, wie willst du sonst so richtig Schwung reinkriegen. Ist im Zweikampf mit dem. Der Poyanpalo zieht am Trikot und schubst den so leicht. Und dann geht er da vorne auf die Hand. Also es ist halt, hat auch Aogo in der Halbzeitpause gesagt, das ist halt wirklich aus ganz normaler, menschlicher, fußballerischer Sicht nichts, was du pfeifen brauchst. Also wirklich bei bestem Willen nicht, aber durch die aktuelle Regelauslegung ist es richtig und wäre das gegen uns gewesen quasi auf der anderen Seite. Das hat uns auch beschwert. Hey, das ist doch Hand. Wir hätten wahrscheinlich wieder nicht bekommen den Elfmeter. Dann kommen wir direkt nach der Pause zurück. Ich war eigentlich schon, ne, wieder mal die Pessimisten, Pessimismus, ne, purer Pessimismus zur Halbzeit, 0-2 hinten, gefühlt nichts offensiv nach vorne gebracht. Der HSV hatte aber auch nicht krass viele Szenen, ne. Die erste Halbzeit lässt sich wirklich gefühlt auf die ersten, auf diese zwei Tore zusammenfassen, weil auf beiden Seiten viel Abtasten war. Beim VfB war nochmal ein bisschen weniger Druck nach vorne. Keine Ahnung, überhaupt nicht im Spiel gewesen. Das war halt einschläfernd. Das war halt einfach nicht gut. Und in der zweiten Halbzeit kommst du natürlich direkt glücklicherweise, auch bei uns mit der ersten Ecke nach der Halbzeit, direkt. Wataru Endo, der auch einer der Besten war gestern, kommst du zurück zum Glück. Das war ein wichtiger Zeitpunkt. Und dann kriegst du auch, wir waren in der zweiten Hälfte in dieser Phase und auch noch vor dem 2-2 deutlich besser als in der ersten Halbzeit, noch besser als der HSV. Wir kamen einfach rein mit Schwung, Offensiv, da hatten wir für die ersten 10 Minuten mehr Chancen, sind in der ganzen ersten Halbzeit zusammen. Und dann kriegen wir auch einen Elfmeter, wo man sagen muss, ja, der Mangala hat da eigentlich, keine Ahnung, hat sich die Situation quasi selber verkackt. Aber da er klug einfädelt und in Berührung da ist, kannst du den pfeifen aktuell. Und auch wenn man sieht, was der HSV auf den Elfmeter bekommen hat und was wir schon so für Situationen gegen uns hatten, war das, wenn man es jetzt nur auf das Spiel begrenzt, Ausgleich und Gerechtigkeit quasi. Einfach zwei mehr oder minder fragwürdige und eigentlich von einem, von einem Fußballherz aus Elfmeter, die man eigentlich nicht geben sollte beide. Aber wenn er den einen gibt, muss er den anderen auch geben. Von dem her alles ausgeglichen darf sich keiner beschweren, auf keiner Fanseite. Und zwar, es macht den Eis kalt. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, weil da war ganz klar zu sehen, der HSV war sich zu sicher. Der HSV war sich zu einer Sache zu sicher, da kam gefühlt nichts mehr. Und dann nach dem 2-2 haben wir uns wieder gemerkt, oh, warte mal, wenn wir hier gewinnen, wäre es ja schon ein Stückchen geiler. Wir können ja auch eigentlich ganz gut kicken. Das Gefühl eigentlich, also ich hatte, natürlich ist es auch vom Gefühl her, ich habe auch schon das im Stream gesagt, dass ich das vom Gefühl her, halt aus VfB-Feeling her, mehr als das Gefühl hatte, der HSV macht das 3-2, als dass wir das 3-2 noch machen. Aber jetzt habe ich hier auch einen Stream gesehen, weiß ich, wie die heißen, aber auch quasi einen Reaktions-Stream, Livestream-mäßig, halt mit HSV-Fans, die haben gesagt, ja, ich habe am Ende mehr Schiss gehabt, dass der VfB das 3-2 macht, als dass wir das 3-2 noch schießen. Also ich glaube wirklich viel an der Fanbrille und an dem typischen Pessimismus, den man mittlerweile bei dem Verein hat, was ja beim HSV auch nicht anders ist. Und dann hatte ich das höchste Gefühl, der HSV ist wieder stärker in der Partie und hat einfach, keine Ahnung, wieder ein bisschen griffiger geworden am Ende. Große Chancen gab es auch nicht. Es gab allgemein in diesem Spiel wirklich bis auf die Tore, gefühlt keine Riesenchancen. Also, ja, das Ergebnis macht das Spiel vom Gefühl her, lässt es ein bisschen peppiger und krasser aussehen, als es war. Also es war non-stop spannend, weil es ja die ganze Zeit so eng war. Vor allem halt nach dem 2-2 dann. Aber da ist auch nicht mehr groß, was passiert. Da waren, glaube ich, außer ich bin ja gerade Combat Lost und vergesse irgendwas, aber da waren, glaube ich, keine Riesenchance mehr dabei. Und dann doch noch die letzte Aktion. Gonzalez über links, nimmt sich ein Herz, zieht durch. Argentinische Nationalspieler, sowas will ich von dem sehen. Zieht durch, behält den Ball nicht gut verteidigt, bringt den Ball rein. Castro läuft genau dahin, wo er hin muss, haut das Ding rein, dann ging es ab wie Schmitz-Katze. Also im Stream-Eskalation pur. Ähm, richtig geiler Scheiß, wie gesagt, schau euch das gerne an. Oder jetzt ist auch der Part, den ich gerade anspreche, zum 3-2 auch als Stream-Ankündigung fürs Dresdenspiel nochmal quasi drin. Ähm, also könnt ihr euch das auch angucken, weil ihr euch nicht in dem gesamten zweieinhalb Stunden-Steam vorspulen wollt. Und da, Junge, da ging es ja richtig ab. Ähm, Castro emotional, äh, emotional und alles richtig krank. Dass es auch gerade ein Castro macht, das ist so für mich einer auf dem Level von einem First oder sowas, vom Feeling her, dass ich, keine Ahnung, die eigentlich auf dem Platz nicht unbedingt sehen will. Aber da war halt genau er da, mit Erfahrung weiß er, wo er hingeht. Läuft da perfekt rein. Und Alter, wer dieses Tor, das Spiel ist so abgelaufen im Stadion, ja, leckt mich am Arsch. Wer dieses 3-2 in der 92. in so einem wichtigen Spiel hinausverkauften Hütte, 60.000 voll gefallen, junger Vater wäre das krank gewesen. Das wäre anders geil geworden. War auch so schon echt geil. Dieser Lucky Punch einfach mal für uns mal wieder. Das ist keine Ahnung. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass wir dann irgendwas nach diesem 0-2 noch holen. Aber es ist genau das, was ich im Preview-Podcast angesprochen hatte. Es ist genau das, was ich angesprochen hatte. Und wenn wir in irgendwelchen Spielen mal irgendwie statistisch, fußballstatistisch und fußballtypisch oder VfB-typisch irgendwelche krassen Punkte holen oder uns irgendwie auf einmal dann doch noch retten und Spiele trainen, dann sind es eher solche Spiele. Der HSV ist halt genauso adept wie wir. Und in so einem Spiel gewinnst du den Scheiß dann noch. Wenn ich jetzt auf Dresden gucke, wo ich gleich zukommen werde, das wäre genau so ein Spiel, wo wir wieder dumm verlieren. Aber gegen HSV hat natürlich... Wenn jetzt Kiel bei uns auswärts 0-2 in Führung geht zur Halbzeit und wir Kacke spielen, dann passiert nichts mehr. Wenn jetzt Wiesbaden kommt oder wer auch immer Fürth kommt zu uns und führt zur Halbzeit, dann passiert nichts mehr. Aber gerade in solchen Spielen passieren irgendwelche fußballverrückten Dinge. Und diesmal tatsächlich für uns absolut geiler Scheiß. Absolut geiler Scheiß. Krank. Aufstellung war in Ordnung. Die Davi war ja raus, deswegen halt ein Förster. Weiterhin drin Al-Gadoui vorne. Er hat nicht viel Stiche gesetzt. Wamagetuka ist auch ausgewechselt worden. Dann kam nämlich Kailajic rein für Wamagetuka. Auch mal ein neuer, oder was heißt ein neuer, haben wir ja schon lange unter Vertrag, aber tatsächlich mal ein Debüt für uns in einem Pflichtspiel. Hat seinen Job eigentlich auch echt ganz gut gemacht. Klar, er hat jetzt nur knapp so 14, 15 Minuten mitgespielt, wenn man die Nachspielzeit mit einrechnet. Aber hat schon ein paar ganz gute Ansätze gehabt. Jetzt rein von Ideen her. Weil es nichts groß gefruchtet hat, aber so spielerische Ideen, die er hatte, wo halt da die anderen auch mitdenken müssen. Ansonst, ja. Wie auch, wenn man mal HSV guckt, wo der HSV jetzt halt ein bisschen arg harte Wertungen bekommen vom Kicker, finde ich teilweise. Aber es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Es war eigentlich ein absolutes Unschiedenspiel. Und deswegen umso geiler und umso glücklicher, dass wir noch den Lucky Punch gesetzt haben, weil es nötig war. Jetzt sind wir wieder auf Platz 2. Und es war so hardcore nötig, mal dieses Ding mitzunehmen. Auch nach der Vertragsverlängerung und nach dieser ersten Halbzeit dachtest du, jo, war ja ein nettes Zeichen, aber es geht das volle Kalle nach hinten los, weil diese erste Halbzeit war nichts. So, also krank, einfach krank. So diese geilen Szenen jetzt überall auf Twitter und sowas, wo unser absoluter Ehrenpräsident da oben steht und den Schal hinhält und sowas. Und dann da Massimo, der ja komplett nicht im Kader war, über Snapchat, glaube ich, haben es Leute gefunden, wie der auch komplett austickt nach dem 3-2 und sowas. Unter irgendwelchen Posts auch Reaktionen von Baumgartel, man, nee, Pavard und so Leute, also richtig geiler Scheiß. Ging schon ordentlich ab. War auch unfassbar wichtig. Wir haben jetzt zwei Punkte vom HSV. Auch wenn man im Torverhältnis rechnet, würden wir punktgleich sein. Da ist der HSV vor uns, also gefühlt ein Punkt, wenn ihr mir folgen könnt. Weil der HSV immer noch sieben Tore besser ist quasi. Bielefeld ist jetzt fünf Punkte vor uns. Die haben aber nicht gespielt wegen Dresden. Das heißt, die haben noch Regenspielen hinterher. HSV 46 Punkte und unter uns schon Heidenheim, unter dem HSV jetzt. Auf vier Heidenheim mit 45 und Darmstadt mit 42 Punkten. Ja, das ist jetzt zwar richtig geil und unfassbar wichtig, aber du musst es mitnehmen, du musst diesen Push mitnehmen. Wenn du jetzt aus dieser Situation nichts machst, jetzt kommen wir so langsam in Richtung Dresden, wenn du aus dieser Situation jetzt nichts machst und wieder VfB-typisch dumm bei einem Verein dann auswärts verlierst, die, glaube ich, seit Montag wieder so mehr oder minder trainieren, die ganze Zeit in Quarantäne waren, im Abstiegskampf sind, null Spielrhythmus haben und so, noch bisher seitdem quasi nach Corona wieder angepfiffen wurde, oder was heißt, na, das heißt nach Corona, aber nach der Pause wieder angepfiffen wurde, die Saison noch kein Spiel gemacht haben, im Abstiegskampf sind, das ist eigentlich gefundenes Fressen für jeden Klub, der halbwegs kicken kann. Aber genau da müssen wir jetzt aufpassen, weil das ist wieder genau so ein Spiel, was du dann verlierst. Genau das Spiel verlierst du dann wieder. Und da muss ich mir jetzt wieder von mir auch nach der Halbzeitlaune gegen HSV eines Besseren belehren lassen vom VfB. Bei VfB-typisch wäre es, sich jetzt wieder zu sicher zu fühlen, sowas zu sagen, ja geil, wir haben uns geführt, Platz 2 und so, ach komm, jetzt fahren wir nach Dresden, Abstiegskampf, letzter Platz, gefühlt nicht trainiert, das ist gefundenes Fressen, das machen wir mal locker mit links, nee, machen wir nicht. Da war ich das Interview mit dem Badstuber ganz geil, wie gesagt, wieder alle Quellen immer unten verlinkt, auch das Badstuber-Interview auf VfB-TV, was sich auch jeder angucken kann ohne Abo. Und ich sage, ja, der Push muss jetzt mitgenommen werden und den Dresden muss ich auch wieder sehen, das ist Abstiegskampf, die beißen, die kratzen, du kommst in dieser zweiten Liga nicht durch irgendwie Fußballschönheit und sowas ausschließlich durch, man muss halt kämpfen, muss sich dagegen wehren, man muss da standhalten, genau die richtigen Worte. Also ich hoffe, dafür ist es auch ganz cool, dass es ein Badstuber bei uns ist, ich glaube wirklich, dass einer ist, der ein bisschen aneckt, vielleicht auch ein bisschen negativ manchmal, aber auch positiv, wie die Aussagen jetzt, wenn das so der Tenor ist, der auch im ganzen Klub, in der ganzen Mannschaft herrscht, dann bin ich positiv gestimmt. Stimmt zum Spiel, die Stelle, die ich hier irgendwo gefunden hatte, steht hier auf der Seite nicht mit drin beim VfB, aber ich fand das so schön am Ende von Matarazzo, wir sind glücklich über den Sieg, das Schönste an einem Sieg sind die Emotionen, oder an so einem Sieg sind die Emotionen, das wird mich ein Leben lang begleiten. Das ist einfach geil, du merkst, dass der voll dabei ist. Das ist ein stinknormaler Satz, dieses Ding am Ende, das wird mich ein Leben lang begleiten, finde ich einfach genial, top, richtig geile Message einfach. Sonst stimmt zum Spiel von Matarazzo, wir sind sehr verhalten ins Spiel reingekommen, die Mannschaft hat nach den vergangenen beiden Niederlagen den Druck gespürt, in der Halbzeitpause haben wir eine taktische Umstellung vorgenommen, mit der wir mehr Druck auf den Ball führenden Gegner ausüben wollten, um mehr Kontrolle im Mittelfeld zu haben, und mehr Kontrolle im Mittelfeld haben wollten. Wir hatten nach dem 0-2 nichts mehr zu verlieren und wollten noch einmal alles geben, um das Spiel doch noch zu drehen, das ist uns zum Glück gelungen, wir sind glücklich über den Sieg. Und so weiter und so fort. Ihr könnt euch selber durchlesen, aber es ist ja immer relativ das Gleiche, oder ein mehr oder minder typisches Geschwafel nach dem Spiel. Liegt sich jetzt natürlich noch mal ein Stückchen schöner, wenn du das Spiel doch gewonnen hast. Und dann können wir zum nächsten Spieltag und damit zu Dresden hüpfen. Wir schauen mal, wie es so in Dresden auch sei jetzt die letzten Male, oder was heißt die letzten Male, also 1995 haben wir irgendwann mal gegen Dresden gespielt, zuletzt, dann ging es 2016 erst weiter, da haben wir dann 5-0 auf die Fresse bekommen in Dresden, in der zweiten Saison. Haben 3-3 gespielt zu Hause, mit dem Last-Minute-Treffer von Tirotte, das war auch stimmungstechnisch Wahnsinn. Und dann haben wir ja die Saison zu Hause gegen Dresden 3-1 gewonnen. Silas da, glaube ich, mit seinem ersten Saisontreffer für uns. Also aus der Statistik kannst du wieder gefühlt nichts rauslesen. Also Heimbilanz, Dynamo Dresden, keine Ahnung. Rein statistisch sind wir in Dresden jetzt scheinbar nicht so besonders, aber das bringt auch nichts, weil wir einfach insgesamt auch auswärts nicht besonders sind. Also kannst du dir jetzt auch schenken, die Prognose. Wir müssen nur einfach wirklich raffen, worauf es jetzt gegen Dresden wieder ankommen wird, und diesen Schwung mitnehmen. Wenn ich da jetzt am Sonntag sehe, dass wir überheblich ins Spiel reingehen oder sowas, und das Spiel dann wieder, so wie ich es vom HSV-Spiel schon mehr oder minder prediktet habe, dumm 1-0 verlieren oder sowas, wieder Auswärtsbehinderung von uns, dann war dieses Spiel wieder für den Arsch. Und das wird wieder ein sehr interessantes Ding. Das HSV-Ding wird wahrscheinlich nicht mehr getoppt werden von Emotionen her. Dieser Last-Minute-Treffer einfach zu geil und halt direkt im Duell gegen HSV, das direkte Duell, aber damit hört es noch lange nicht auf. Wir haben jetzt, glaube ich, noch sechs Spieltage oder sechs Spiele noch. Und jeder Spieltag aufs Neue wirst du immer gucken müssen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass wir jedes Spiel jetzt gewinnen, sonst wäre es ja safe, weil wir quasi das Selbst in der Hand haben mit zwei Punkten Vorsprung als Zweiter. Könntest du jetzt auch eigentlich die Saison abrechnen, dann sind wir durch. Aber du musst wieder Spieltag für Spieltag gucken. Jedes Mal aufs Neue, weil du weißt genau, zeigt mir, dass ihr jedes Spiel gewinnt. Zeigt mir, dass ich falsch liege. Sehr gerne, sehr, sehr gerne sogar. Wie jetzt gestern nach der Halbzeitpause. Zeigt mir sehr, sehr gerne, dass ihr was könnt und dass ich falsch liege. Aber wir werden vermutlich nicht locker durchlaufen, jedes Spiel gewinnen. Würde mich zumindest wundern, als erfahrener VfB-Fan. Wird so ein Sonntag interessant, der Stream. Das Spiel natürlich. Wir spielen in Dresden. Zeitgleich spielt Heidenheim gegen Aue, die ja gerade Vierter sind mit drei Punkten hinter uns. Wir haben da sechs Tore besser, also die können uns, glaube ich, nicht direkt überholen, außer es passiert etwas ganz Verrücktes. Und Hamburg spielt gegen Wiesbaden, auch zeitgleich mit uns. Hamburg zwei Punkte hinter uns. Das heißt, theoretisch können an diesem Spieltag, wenn was ganz Wildes passiert, können wir auf den vierten abrutschen. Aber es könnten auch zum Beispiel Heidenheim und der HSV die Plätze tauschen. Drei und vier. Und heute Abend schon spielt noch Darmstadt auf Platz 5 gegen Kreuter Fürth. Heute Abend 18.30 Uhr am Freitag. Mit 42 Punkten. Die könnten theoretisch Heidenheim überholen auf dem vierten. Also es ist wirklich dieses Spieltag zu Spieltag. Ganz gerne nochmal. Ich gehe noch einen weiteren Spieltag nach vorne. Mal hier live. Ich gehe an den 30. Spieltag. So, wie sieht der aus? Da spielen wir nämlich zu Hause gegen Osnabrück. Zeitgleich spielt Heidenheim in Hannover und der HSV zu Hause gegen Holstein Kiel. Also, ne, das ist gefühlt überall ähnlich. Die Gegner mäßig. Weil der HSV hat jetzt auch schon die Bielefeld-Spiele durch. Wir haben die Bielefeld-Spiele durch. Die ganzen direkten Duelle zwischen Bielefeld, Hamburg und uns sind schon durch. Bei Heidenheim weiß ich jetzt nicht, ob die noch irgendwann gegen HSV spielen oder gegen Bielefeld oder sowas noch. Aber wir werden wieder jedes Duell aufs Neue drauf gucken müssen. Was macht der HSV? Was machen wir? Sagen wir unseren Job erledigen? Ist alles chillig. Aber trotzdem wird natürlich immer noch mit so einem halben Auge oder mit ein bisschen mehr vom Auge noch auch auf den HSV und Heidenheim und was so uns gefährlich werden könnte, hinter uns geschaut. Also, eigentlich musst du prognosemäßig sowieso in Dresden gewinnen. Weil, wie gesagt, die sind so komplett raus aus diesem Spielfluss und Trainingsfluss und mit Quarantäne noch kein Spiel gemacht. Das ist eigentlich gefundenes Fressen. Sind sowieso auf Platz 18. Also, ne, keine gute Saison bisher. Aber gerade gegen solche. Ich erinnere mich an Wiesbaden, Kiel und so Klubs. Gerade gegen solche. Dazu noch auswärts. Ne? Bist normalerweise nicht wirklich positiv eingestimmt als VfB-Fan. Aber sind wir jetzt nach dem 3-2? Auf jeden Fall. Lucky Punch. Und das muss jetzt, wie damals das Nürnbergspiel, der Vergleich nochmal. Musst du halt einfach jetzt diesen Push mitnehmen. Und wenn du das hinbekommst, dann gewinnst du auch in Dresden. Ganz einfach. Weil, wenn du aufsteigen willst, dann musst du solche Spiele gewinnen. Das haben wir schon vor Wiesbaden gesagt, vor Kiel und so weiter und so fort. Auch vom HSV-Spiel haben sie es tatsächlich auch mal geschafft. Aber ich bin mal sehr gespannt. Das Spiel war jetzt extrem wichtig und könnte in Kombination mit dem Dresden-Spiel am Sonntag wegweisend sein für den Rest der Saison. Wenn wir jetzt nachlegen und dann einfach ganz entspannt bei Dresden, I don't know, 2-0 gewinnen, 1-3 gewinnen. Ganz entspannt da einen Auswärtssieg mitnehmen. Und zeigen, jo, wir haben jetzt Selbstbewusstsein. Wir haben jetzt den Push, wir sind konzentriert. Jetzt steig mal auf. Jetzt haben wir uns in Situationen zurückgekämpft. Jetzt haben wir es erkannt und so weiter. Vertragsverlängerung war ein richtiges Zeichen und so. Alle stehen zusammen. Geil. Wäre ich sofort dabei, dann ist der Aufstieg wirklich mehr oder minder sicher. Aber dann bin ich mir deutlich sicherer, mir VfB-Spiele anzugucken, als jedes Spielwerk aufs Neue zu hoffen. Fuck, bitte jetzt nicht wieder irgendwie irgendwo dumm patzen, wo du eigentlich nicht patzen solltest oder müsstest, wenn du aufsteigen willst. Mist, jetzt kommt der HSV und uns wieder vorbei und sowas. Das würde einfach einiges entspannter machen, wenn wir diesen zweiten Platz jetzt einmal mal ein paar Spieltage, vielleicht auch gerne ein bisschen ausbauen. Es wäre einfach so schön, aber ich bin VfB-Kennen. Passiert sowas nicht. Aber wie gesagt, lehrt mich eines Besseren, heißt das so, keine Ahnung. Aber, ne, beweist mir das Gegenteil, aber aus der aktuellen Lage, sagt man pessimistisches VfB-Herz, auswärts, der Gegner mit der Voraussetzung, das klingt doch alles wieder nach einem perfekten Rezept für eine dumme Niederlage. Aber aus dem aktuellen Feeling raus, nach dem HSV-Spiel und dem Pushen alles und einfach auch aus der Zwangsmäßigkeit muss dieses Spiel gewinnen. Fertig aus. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer, Prognosen, andere Dinge, was ihr wollt, in die Kommentare damit. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. YouTube auch zuschauen, aber da wird es ja auch hauptsächlich ein Hören sein. Und bis zum nächsten Mal.